Hi, ich bin der Günther, ich komme aus dem Lernbude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Günther The Broken Story. In der letzten Folge haben wir damit beendet, mit diesem Serpify das Team aus dem Comic Pokémon Mystery Dungeon Guardians of Haupt zu besiegen. Mit mehr reden will er jetzt nicht mehr. Und was ist es eigentlich, einen Computer zu benutzen? Jetzt wäre es nie noch schön, wenn ich was tun könnte. Wie funktioniert das? Irgendwie Knöpfe drücken. Äh, wir irgendwie... Oh, Portal ist offen. Wir müssen weiter, sorry. Tech, einer der Charaktere, der nicht mitgekämpft hat. Tech ist das Spamendien, das man im Image gesehen hat. Hat uns einen Plan gemacht. Äh, hier. Ich nenne euch Guardians. So spät. Was? Glaubt das heißt? Nein. Wie kann das sein? Zeitreise, Baby! Äh, tut mir leid, das zu sein, aber ja, der zu spüren, ja, hab die Rohren, den kriegst halt, dann haben wir das zusammen. Ähm. Sieht aus, als wer kann man für hundert mehr Jahre geschehen und könnte sich immer noch nicht betreuen. Dann wird irgendetwas geschehen. Äh, ja, wir glauben es einfach nicht, wir wissen. Okay, wir haben geschehen. Wir starten gut in die Folge. Gleich wird es. Scheiße, ich bin nicht geil, ich hab's verloren. Ich hab's verkackt. Das ist alles, ja, wieso werde ich nicht behalten? Mein Ziel ist als Kompi ausgenämmt. Der jetzt bekommt was zu schwierig, um da jetzt direkt dir was hinterherzuschieben. Der haut jetzt meine Steps nach und eigentlich ziemlich los. Alter, diese Paralyse ist sich scheißgepp. Ich hab mal kauft, Leute. Kann ich das sein? Ich hab sowas von verkackt. Okay, zumindest ist er jetzt auch Paralyse. Aber wenn der Typ eingeschallt angeht kann, hab ich verloren. Die letzte Flüge sind beide paralysiert. Der wird ganz auf Augen hier. Augen, weil Silberblut. Warum machen sie so viele Schaden jetzt? Ich hab's gut. Jetzt mal ganz die KI-Fragezeichen nehmen. Was hast du mit der KI gemacht? Die KI kann gar nichts. Boah. Die KI kann gar nichts. Niemand kriegt noch Level. Deoxys hat komplett reingeschissen. Keinen einzigen Schadenspunkt gemacht. War das das Finale der Story langsam? Ich denke nämlich, ich komm sehr in die Richtung. Das kann nicht sein. Oh ja, ich hab nur über 100 Jahre auf diesen Tag gewartet. Oh ja, ich bin frei. Ich hab eh nicht so lange geschlafen. Kann ich mal an. Du Mann. Haben wir's geschafft? Ihr Vollidiot habt wirklich gedacht, ihr habt mich gestoppt? Miss in... Du hast versagt, Deoxys. Du hättest sie umbringen können, aber nein. Das war nur mein Plan. Mein Plan war, jetzt eine perfekte Welt mit dir zu erschaffen, sodass ich endlich nach Hause kann. Deoxys. Ich bring dich um. Nö. Er hat dich für über 10 Tage... Hä? Gar nicht mal als 100 Jahre. Jetzt verteidigst du ihn immer noch wie ein Nazi. Ja, aber jedes Pokémon hat das Recht zu existieren. Ja, dann würde ich gerne sehen, wie du hier irgendwie was machst. Wir werden dich in dieser Welt halt zerstören. Ähm... Und wenn hier... Hasbüro ist dann... Ich würd sehen, wie er versucht. Oh, alle Wolken sind tot, wir können niemanden mehr retten. Wir haben versagt, es gibt keine Hoffnung mehr. Ende. Wie oft muss ich dir doch sagen, dass es nicht das Ende ist? Bist du sicher, Minun? Oh, Portale-Musik. Hä? Guck dich um. So viele Erkundungsteams, wie geht das? Und warum lebst du? Oder sind wir begeistert? Ein Pokémon namens Gengar hat mich gewarnt und sagte, ich sollte so viele Rettungsteams wie möglich... Komm, weil viele Pokémon haben... Heh, hessien... Because a Pokémon has seen the Zukunft! Und gesehen, dass... Äh, dass wenn ich es nicht tue, dass Ende der Welt nahe ist. Mit der Hilfe dieses Pokémon könnten wir alle Pokémon von Dimension versammeln. Das Bruchgenau, also in Lames Welt wurde von Missingau zerstört. Ich verstehe kein Wort, aber wo sind wir? Missingau hat alle Welten zerstört, das ist richtig. Hier ist unser finaler Kampf gegen Missingau. Bist du da? Natürlich. Minun, äh, so endeten Minun und seine Freunde im finalen Kampf gegen Missingau. Also jetzt ist eigentlich dein Text, welcher... Alter, ich arbeite mit professionellen Typen zusammen, Ende. Alter, das war mein Text. Das war's, okay. Dann werdet ihr diese Folge nicht so bald sehen. Es ist Zeit für das Finale von Pokémon Günther. Das Hauptspiel, in dem alles zusammenkommen wird, das wir bisher hatten. Intro nicht anzeigen. Das Spiel hat Spoiler, ich hab zwei... Die Spoiler müssen halt übrigens auch echt waren, und die Spoiler müssen fast alle noch kommen. Ich hab nämlich bisher eigentlich außer zur Byros-Edition keine Spoiler gesehen. Okay, unten bist du hier im Team-Himmel. Hauptspiel. Oh, Silberdorf, jetzt geht's ab! Eine kleine Sache noch, zwischen Silberdorf und dem Weg zum Dungeon. Vor allem Dungeon stürzt öfter das Game ab, deswegen bitte oft speichern und im Notfall resetten, danke. Ja, das hat er schon gesagt, dass das hier sehr oft abstürzt. Hallo, kannst du mich hören? Nein, natürlich kannst du mich nicht hören. Nur den Text lesen, den ich dir schicke, egal. Äh, äh, meiner, Alter, hat ein besonderes Anliegen an dich. So redet eigentlich nur ein Charakter, aber der wird's nicht sein. Bist du dann nicht oder weiblich? Du straffst mich an, ähm, seit ich in diesem Zeigeraum war es auch immer, wo ich bin, Zeug anweist. Man, auch nicht, wie ich ausschaue. Du wirst ein Scheinux. Hä, ich bin ein Pik... Nein, will ich nicht, Scheinux ist so viel besser, so viel besser! Will das nicht jeder... Nein, Pikachu ist scheiße! Oja, wo war man nochmal genau? Nenn mir nun die Antwort auf die Asylentuffrage. Bist du bereit? Eigentlich nicht, ich weiß nicht mal, was ich tun soll und vor allem weiß ich nicht mal, wie du heißt. Mein Name ist und du musst retten... Warte! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich sitze in der Patsche! Hm? Hä, wach auf! Hm? Ist nicht lustig, ich brauch Hilfe! Endlich haben wir dich eingeholt, Mann, hat das lange gedauert. Nur, dann kommst du uns nicht mehr. Äh, äh, Gengar und sein Team. Warum tut ihr das? Sobald wir die Erde regieren und unseren eigenen Staat kreieren, ich werd nicht da! Mehr und mehr Macht wollen wir! Wer ist hier übel? So schnell wie der Schatten geht's lieber auf und bekämpft uns nicht. Ich glaub, das beantwortet meine Frage nicht! Leute, Angriff! Warum kann ich hier nicht in solchen Momenten Kopfschmerzen bekommen? Hm, legst deine Hand aus Versehen auf Antons Kopf. Mein Crash! Äh! Du, das wirst du bereuen, Anton! Okay, ich hab keine Ahnung, was hier passiert ist, aber es muss mit dem Typen zu tun haben. Ich fühl Wind. Hier weht nicht mal Wind! Ich höre Stimme! Ja, ich stehe direkt vor dir! Hallo! Morgen! Guten Morgen! Vielen Dank für die Rennung vorhin! Mein Name ist Anton! Wir sprechen als Anton! Ich gehe lieber mal ein paar Schritte zurück! Wieso bist du so überrascht, dass ich sprechen kann? Das kann jedes Pokémon, sogar du! Ich, dass ich nicht lache, ich bin Mensch! Du scheißt eigentlich aus wie ein Shydox! Warte, lass mich mal sehen! Alter! Das ist die Kreuzung mit der Pfütze! Jetzt kommen die Feelings hoch, Leute! Hier geht's ab! Du hast recht, ich bin in ein Shydox verwandelt worden! Sorry, ich hab was im Auge! Aber ich kann mich nicht immer mehr daran erinnern! Wenn ich nur daran nachdenke, bekomme ich Kopfschmerzen! Hey, denn Kopfschmerzen sind mein Job! Ey, ich mein, verraten wir mal, wie du heißt! Mein Name ist... Ufff... Nein, den Namen nehme ich nicht... Nein, nein, den Namen nehme ich auf keinen Fall! Soll ich bei Shydox bleiben? Soll ich vielleicht auf Schnümmter gehen? Schmümmter... Geht nicht rein, cool! Äh, ja, ich bin Shydox! Super, Shydox ist ein toller Name für ein Shydox! Äh, hast du irgendeine Idee, was du hier machen wirst? Kann mich an nichts erinnern, deswegen gibt's auch nichts, woran ich glaube ich ein Anliegen hätte! Weil du vielleicht mein Partner werden, wenn wir miteinander kämpfen und Pokémon retten! Ähm, Spieleentwickler! Aus technischen Gründen, die ich dir jetzt nicht genau erklären will, gibt es nur eine Option! Ja... Aha... Hora, folg mir! Ich will Dich nach Säberdorf! Wir sind jetzt im Team Shydox! Ist klar. Silberdorf hab ich persönlich mir anders. Vor allem, ich bin ein Scheinux. Links von mir läuft ein Scheinux. Willkommen in Silberdorf. Ich wohne gleich ganz im rechten Haus. Also, was du dich ausruhen musst, oder so, geh einfach dorthin. Außerdem gibt's hier lauter Shops und links ist eine Schule für Pokémon. Die restlichen Stimmen sind alles Läden. Die kannst du sicher gut gebrauchen fürs Abenteuer. Was wirst du als erstes machen? Ich meine, nicht so, als hättest du einen Plan, wie du deine Bestimmung herausfindest. Dartenton. Ohne Info werde ich nicht so weit kommen. Was soll ich also? Leute fragen. Ich könnte Leute fragen, ob sie ihnen schon, ob ihnen was untergekommen ist, ob ihnen was die Welt bedroht. So als wäre das schon oft vorgekommen, aber keine Sorge. Die meisten Leute in Silberdorf sind sehr freundlich. Hä, wie ich. Okay, ich selber. Hi. Glaub mir, von Kettler zu stillen ist keine gute Idee, okay. Musik gibt's hier nicht, oder? Ja, es ist schön sonnig am Tag. Oder ja, von sowas hab ich noch nie gehört, aber würden meine Blumen sprechen können, könnten sie dir vielleicht sagen, was sie wüssten. Dass hier keine Musik ist, ist gerade. Das schließen, ich meine Partnerstehe. Hä? Hä? Von sowas höre ich zum Moment. Snowbilly Cut, Mautzi. Stehst du mit meinem Partner an? Vor allem, es ist in dem Stil. Hi. Mein Name ist Kilex, und wie ist dein Name? Hey Leute, wir können nicht vergessen, schließlich bin ich ein legendäres Poker. Hier laufen zwei Hydropis rum. Vorgel sagt, Vorgel sagt doch, ich bewege mich nicht von der Stelle. Mir sind Rettungsjobs egal, gibt eh zu viele. Ich liebe es, meinen Partner zu ärgern. Hier gibt's viele NPCs. Ich möchte diesen Ort niemals wieder verlassen. Ich hoffe, mein Partner ist in Ordnung. Letzte Zeit fliegt er immer so abwesend. Ah, Sui Shomaro. Ich hab willkommen im Pokémon Center Musikvideo gemacht. Ich bin auch ein Sprecher, der dran beteiligt war. Ach, ihr beide seid schön für den Schandfleck aus Fragezeichen. sorry. Besser könnte ich laut Ecke sein, oder? Nee, schade. Mal im Ernst, wir sind hier in Söderdorf. Wir könnten doch Günther und laut Ecke sein. Okay, die sind vermutlich woanders im Moment. Ein toller friedlicher Tag heute, ne? Fields Batman läuft aus dem Discord, kenn ich ihn. Mann, diese Stadt ist echt schön. Noch ein Kann, Mann. Alter, sind hier viele NPCs. Glaub mir, Wasser macht Spaß. Evoli, hi. Du Mann, dazu Duschenschal. Na, das gibt ja auch heiße Qualen. Ich mag es eigentlich, ich mag, ich mag eigentlich nur mich Mystery Dungeon mit Biss. Hä? Solution schadet meinem Feuer. Und du, ganz vorsichtig, sonst schreit schon wieder jemand um Hilfe. Ich und mein Partner mögen beide nicht Biss. Noch ein Glumander. Hier gibt es viele Bräume, ich hoffe, mit Ultra Let's Play. Alles klar, Gula, bei Gula. Eine Sekunde, Sanger, P. Ja, ich bin's wieder, Sands. Ach, 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 oh, geil, geil, geil. Okay, Fragezeichen, Wenn du jetzt dachtest, du hast, ich hab schon Glück gehabt, dass ich hier Guardians of Hope kenne, aber hier wirst du was einbauen, das ich nicht kenne. Tut mir leid, kenne ich auch die Dubbed Version von Pokemon Super Mystery Dungeon von The Girl Crow. Sein Glumander Mike und sein Endivier Chico Rida ist halt englisch, also eigentlich der Standardname. Tja, kenne ich. Das hier ist aber nicht das Endivier, das zu Glumander gehört, oder? Also, dann heißt's falsch. Ich liebse Spaß an und reden mit Gold Crow. Ja, okay, er hat einen falschen Namen anscheinend. Mein Helden. Uff, hier ist ja richtig los. Ich geh gerade einkaufen. Es war nie so kompliziert, wie Pikachu das sagt. Wir haben letztens ein Pichu gerettet und das war ziemlich kompliziert. Aha. So, als würde sowas überhaupt existieren. Gehen, stehen nicht im Weg. Aber es ist cool, dass hier so viele Leute rumrennen. Oh, irgendwas sagt mir, dass ich das schon mal gesehen habe. Nee, hat sich nur in eine dumme Glaskugel verwandelt. Es ist cool, wie viele Leute hier rumlaufen und auch alle haben irgendeine Bedeutung. Ob ich von sowas weiß? Persönlich schaut mir das Ganze nur in den Rücken. Oh, willkommen beim Reitschumeister. Ich bringe Attacken bei mir, von denen du nur träumen kannst. Ich würde gerne wissen, ob es schon mal einen Vorfall gab, wo ein Mensch zum Pokémon wurde und die Welt in Gefahr war. Sehr ungewöhnlicher Kundenwunsch. Er reibt sich am Ohr. Nee, da kommt mir nix hoch, außer wo ich einmal trainiert habe, um meinen Rivalen Pikachu zu besiegen. Ich konnte mich nicht bewegen. Es war so, als wäre ich zu Stein geworden oder eingefroren. Und ich erzählte immer noch bei diesen Gedanken. Danke für die Auskunft, auch wenn sie nicht hilfreich war. Immer gerne. Habe ich was von Menschen, die in Pokémon verwandelt werden? Weil so ein Schwachsinn habe ich nicht mehr gehört. Seit... Er ist eingeschlafen. Wetten. Zum Affen geht's gerade aus. Okay, bei dem werde ich nicht wirklich weit kommen. Hier sind wir... Ja, das ist ja sogar Günther. Oh, danke, danke, Günther und Lottecke. Okay, wenn Lottecke in Silberdorf was einkaufen geht, kann ich euch die Stadt erkunden. Günther und Lottecke. So, ich muss ein paar Sachen einkaufen. Warum schaust du dich nicht einfach um? Der merkt wohl nicht mal, dass ich hinter ihm stehe. Er scheint, dass er gerade zu beschäftigt. Ich frage ihn später. Oh, geil. Na, schlech dich nicht von hinten an. Jetzt hätte er leider nicht genug Spezial. Mann, wir haben Ecke. Zeit der Händentaten anzustellen. Na, am liebsten heiße Tage. Bis zu jedem Zeitpunkt sind wir unbesiegbar. Ich mag gern Kaugummi, denke ich. Ach, danke für die Info. Ach, Brian, ohne leid. Meine Zeichnungen sind echt gut, obwohl ich keine Hände habe im Moment. Passt gut auf eure Box auf, die geht leicht kaputt. Brain ohne leid. Postet immer irgendwelche Bilder im Discord, deswegen passt der Text. Äh, ein Ninja muss immer fokussiert sein auf sein Ziel. Alter, hier die Steu. Oh, mit der habe ich schmiert. Diese Stadt ist so nice. Noch ein Scheinungshai. Schminter! Okay, geil, geil. Alter, das hier ist so mit Abstand mein Lieblingsteil vom Spiel. Ich werde nachdem das Let's Call rum ist, noch so oft durch Silberdorf rennen. Schminter! Oh, du bist auch in Scheidung. Ist das für ein Zufall? Dann bist du jawohl, Fragezeichen, man. Ich habe so ein Gefühl, als wird mein Name geklaut aus dem Pokémon Mystery Dungeon bei Konnungs-Team Himmel-Reloaded bei Günther aus der Däna-Bude. Ankommen! Leute, Leute, Leute. Ich habe gerade den verrücktesten Traum gehabt. Ich war gefangen in einer Welt mit Fröschen. Oh, Quark. Richtig. Ich glaube, ich bin hier im falschen Universum. Ich gehe dann mal wieder. Was? Alter, das ist so geil. Dieses Silberdorf ist so nice. Ich kann hier nicht rein, das ist eine unsichtbare Mauer. Dieses Silberdorf ist so nice. Latios, Läufige. Linkruel 34. Okay. Angeblich kommen Jahre in der Geschichte vor und habe ich keine Ahnung. Ich hoffe, das war jetzt ein Gag. Mann, das ist ja schön. Hydro- Fragezeichen, man. Hydro- Ich hoffe, das war jetzt echt ein Gag, dass du nicht weißt, wann Hydro- in der Geschichte vorkommt. Ich meine, er ist zufällig ab der Bonus-Story der ersten Geschichte einer der Hauptcharaktere. Heute ist ein toller Tag, um zu graben. Hi Latios. Eine Geschichte von Günther, wo ich vorkomme und ich dachte mir, ich sag dir, das hat er so erst ganz, ganz spät eingefügt. Ich frage jetzt eigentlich mein Gips zu. Ich weiß noch, ich hab dich nämlich noch kurz bevor du fertig warst gefragt, ob eigentlich auch Latios und Hydro- hier im Spiel sind. Und jetzt sind beide hier und labern von wegen, ich wusste nicht mehr, dass ich hier im Spiel bin, dass ich in der Geschichte bin. Das ist kein Zufall, Alter, gib's zu. Das ist so kein Zufall. Hallo, bin ich ausgezappt? Ja. Ich weiß nicht mal wie, ich bin nicht mal in der Nähe meiner Maus. Äh, was ist das für ein Haus? Ach, die Schule. Herr Karni, naja, oh Mann, wenn ich dran denke, bekomme ich Kopfschmerzen. Hallo? Irgendwie bewegt sich meine Maus, ohne dass ich, ja. Tut mir auch, wenn ich kann dir nicht helfen, das ist fast tatsächlich was Wichtiges vergessen. Auch wieder einige Leute. Ernsthaft, sehe ich aus als hätte ich ein mysteriöses Hut oder was? Tut mir leid, ich hab keine Ahnung, von was du redest. Wer bist du? Erwegt Abwesen, am besten nicht stören, ja, keine Ahnung. hier haben wir Dragon Joke. Oh Mann, als ob ich von sowas ne Ahnung hab. Baldi, ich hoffe, die Stunde ist bald aus. Grüße, ihr raus. Mensch, ein Pokémon hört sich zwar vertraut, aber ich weiß davon nix. Ich weiß nicht mal, wieso wir in dieser Schule sind. Eigentlich ist das ne dreckige Lüge. Und ich komm hier nicht raus anscheinend. Ich hoffe, es reicht, wenn ich mit dir rede. Habe ich immer so einen Vorfall was weiß? Ne, sorry, darüber weiß ich nix. Oh, wie soll ich nur diese Klasse überleben? Die sind alle durchgeknallt. Darf ich hier jetzt wieder raus? Jetzt mal im Ernst Fragezeichen, man. Ach so, man sieht den Ausgang nur kein bisschen. Ähm, war, was ist das hier? What the fuck? Pokémon am Maldemeldet bei abgemeldet, hust, hust. Jede PMD-Story muss mit einem Riolu beginnen, weil, ist halt so, jede PMD-Story hat Riolu. Wir sind PMD-Explorers Team Schwarze Seele. Irgendwas lese ich immer nur Schatten oder Schwarze Seele. Ja. Adventures of Clockwork. Eigentlich mal ein Pokémon, was aus der Reihe fehlt. Anscheinend sind hier lauter aus irgendwelchen Reihen. Auch hier. Auch. Dieser Comic hat mir Füße gegeben. Warte eine Sekunde, ich hatte schon immer welche. Hilfe, ich bin ein Taschenmonster. Warum fluchen so viele in Fan-Stories? Das gehört sich. Alter, was ist mit dem Aus los? Die bewegt sich einfach. Hallo, Magie? Ich weiß echt nicht, was eine PMD-Geschichte ist. Hilfe, ich bin Ratini. Ist hier eine Selbsthilfe-Gruppe? Ich sag dir, endlich mal wieder vernünftig nicht so eine Scheiß-Geschichte. Ich sag dir, hier ist so eine Selbsthilfe-Gruppe für diese ganzen Pokémon. Für die ganzen hier aus irgendwelchen Geschichten. Wir sind der Erkundungsteam Schatten. Doch, was wir hier machen, ist mir unklar. Erkundungsteam Schatten. Das ist eine geheime Gilde. Ich kann auch keine PMD-Geschichte. Wieso bin ich hier into another world? Das ist keine PMD-Geschichte, aber hey. Final Destiny bei Lyon MC. Hätte ich gesagt, habe ich auch keine Ahnung, was ich hier mache. Willkommen in der Animex-Gilde. In der Dönschi so oft nicht fertig gemacht wurde abgemeldet wurde. Dass man mit einem Cliffhanger belohnt wird. Aha! Gute Gilde. Silberdorf ist schon echt nice. Hey, Anton. Ich bin's wieder. So, wir haben viele Pokémen gefragt, aber keines hatte eine Antwort. Mir bleibt wohl nur noch warten. Hilfe irgendwer! Mein Kind ist im Gefallen. Wir sind neidig und drei übel aussehende Typen sind ihm gefolgt. Bitte rettet mein Kind! Smeckl bricht zusammen. Leute, er neidig wird ist einer der gefährlichen Orde, von dem man gehört hat. Dort wird doch nie noch hin, selbst wenn's krasses Zeug gäbe. Zerhüt er sich in diesem Mann Störscheinung ist aber ich hab noch was wichtiges zu sagen , bevor du hingehst. Spricht die Starter von Kangaman das Heils Indy kommt sofort wieder hin wenn du drauf gegangen bist. Der Spielentwickler und nie weiter mit Regeln. Trotz gesagt, wenn jemand Hilfe brauche ich äh kommst du mit? Äh ja lass es mal los gehen. Okay wir müssen nur nach da oben zum Dungeon kommen. Ist jetzt der Teil in dem das Spiel abstürzen kann? Alter ich dieses Silberdorf ist einfach absolut nice doch ich will es helfen Dieses Silberdorf ist echt richtig nice Design mit lauter so Typen die man kennt auch das ist zeitlinientechnisch halt ein bisschen kompliziert weil offensichtlich ist zeitlinientechnisch das hier mit vor zum Beispiel Günther Story und zwar ne ganze Weile und ich weiß auch dass man sich in dieser Hauptstory manchmal beeilen muss ansonsten crasht das Game verstehe ich zwar nicht ganz aber ich bin kein Entwickler hä wo muss ich hin ich habe Angst dass das Game crasht ist so hier oben vor am dungeon kann ich mich lesen speichern ich merke schon hier ist die Performance übel low ist das Game gecrasht ich glaube kann es sein dass das Game gecrasht ist ich würde sagen ich probiere bis zur nächsten Folge da rein zu kommen wir sehen uns dann wieder in der Hauptstory ich bin gespannt was noch kommt Silberdorf war ja schon mal verdammt cool bis dann und ciao ciao